Herzlich Willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Traubenübergold von Argonautics in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinyl Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Traubenübergold von Argonautics, das Ganze am 17. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das dritte Album von Argonautics. Wir haben hier einen Sticker auf der Folie. Und zwar lesen wir hier, Argonautics Traubenübergold, limitierte 180 Gramm Vinyl inklusive Downloadcode. Okay, nachdem wir das zur Kenntnis genommen haben, werden wir mal die Folie aufschneiden. Und dann schauen wir mal, dass wir die Folie hier abmachen. Also, auf der Vorderseite lesen wir hier Traubenübergold, Argonautics. Dann haben wir hier eine Waage. Auf der linken Seite haben wir hier Weintrauben. Und auf der rechten Seite hier jede Menge Schmuck, wahrscheinlich Goldschmuck. Und das Ganze ist nicht ganz ausgeglichen, denn die Trauben wiegen hier scheinbar etwas schwerer. Dementsprechend auch der Albumtitel Traubenübergold. Dann haben wir hier auf der Seite auch nochmal den Albumtitel. Ist sehr schwer zu lesen, aber hier in der Mitte Traubenübergold. Und hier dann noch Argonautics und eine Katalognummer. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Wir haben hier die Tracklist. Insgesamt 12 Tracks an der Zahl. Verteilt auf A und B Seite. Also 6 auf der A Seite und 6 auf der B Seite. Und wir haben hier Features mit dabei von Kuchenmann und Frust. Dann hier auch nochmal die Trauben zu sehen. Dann haben wir hier die Credits zum Album. Also die Beteiligten und einen Barcode. Das Ganze erschienen über Walk This Way Records. Wir schauen hinein. So, als erstes haben wir hier das Album, die Vinyl und einen Downloadcode. So, ansonsten hier nichts weiter drin. Wir starten wie immer mit der Vinyl. Die kommt hier in einer weißen Papierhülle. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier eine klassische schwarze Vinyl. In der Mitte in blau, rot und weiß. Hier haben wir die Tracklist. Die ersten 6 Stück angeführt. Und auf der Rückseite geht das Ganze dann weiter mit den weiteren 6 Tracks. Auf der B Seite. Jawohl. So sieht das aus. Wir packen die Vinyl wieder zurück. In die Hülle. Und als zweiten Inhalt haben wir hier dann noch einen Downloadvoucher. Also einen Downloadcode, um das Album in digitaler Version runterzuladen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Wir haben hier den Code und den können wir dann auf der entsprechenden Website einlösen. Und dann haben wir das Album in digitaler Version. Finde ich immer gut. Speziell bei Vinyls, wenn man sowas reinpackt. Jawohl. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Einmal die eben gezeigte Vinyl mit den 12 Tracks und 2 Features in dieser weißen Papierhülle. Und natürlich der Album Downloadvoucher, der Downloadcode für das Album in digitaler Form. Das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Trauben über Gold von Argonautics. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Argonautics unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao. Ciao.